... bis da sich ein Bild aufbaut. In der Lage, Frau Pia. Tatsächlich nicht, nee. Aber ich weiß auch, dass sie nicht im Dienst ist. Wie weiter? Die Pia Viper, genau. Oh, da kann ich Ihnen leider nicht aushelfen. Wieso das denn? Ja, weil ich Ihnen leider nicht weiterhelfen kann. Leider. Ja, mein Pia Delgado. Nicht Viper. Auch die ist männlich. Ah, okay. Boah, keine Ahnung. Kommen Sie mit. F.I.B.S.D. Falls der da rein will. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Können Sie gleich wieder rausgehen. So, okay, dann kommen Sie mal mit. Können Sie auch schnell einfach hier eine geben. So, perfekt. So, die Frau scheint nicht mehr zornen worden. Doch, die steht da. Da ist sie, glaube ich. Ach, guck mal. Guten Tag, die Dame. Äh, hallo? Ja. Ähm, ich bräuchte eine Impfung hinten. Äh, ja, kommen Sie mit. Was für Fragen? Er hat doch schon Klamotten von den Dings von Knastern. Was soll das überhaupt? Er hat das wahrscheinlich ausgebrochen, weil die Mann die Zelle nicht zugeschlossen hat. Direkt. Dann gleich wieder vor. 10.000. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. 14.000, damit der Herr bekommt so einen Fußball da. Ich schaffe den Mann da, hinter Ihnen. Wer ist der Mann, der Linke oder der Rechte? Beide. Beide sogar. Dir wärst der Mann, sag mal. Sag mal, hast du zwei Männer? Sag doch mal, Mensch. Geht ich gar nichts an. Nein, einer reicht mir. Sag doch mal, Pia, komm mit. Flüster mir in Sorge. Sag mal, was ist daran nicht zu verstehen, wenn ich sage, einer reicht mir? Ja, aber wer ist denn da? Du kannst nicht zu den Männern stehen. Wer ist denn hier von Ihnen, hallo, die Herren? Wer ist denn jetzt hier der Ehemann von Pia? Da hast du ja was zu verheimlichen. Ähm, Maske aus, ja bitte. So, so, was ist los? Was willst du? Geh mir nicht auf den Sack. Sind Sie von ihm im Dio oder wie? Ja, die Sache ist, dann lass mich in Ruhe. Meine Frisse. Und der Herr da eben? Der ist eben falsch von mir und die. Da geht ich gar nichts an. Seitdem, ob im Dienst noch? Ich brauche nicht im Dienst zu sein wegen der Maske. Der Linke oder der Rechte? Hast du dafür eine Tast oder wie jetzt? Aber sehr ehrlich, der Rechte sieht schon so aus. Ich zeige mir eine Tast oder? Ich zeige mir eine Tast. Das kann man früher meinen. Das hat es den Rechten schon gegeben. Das meiner Tast. Ich meinte nicht sowas. Ich meinte schon, es gab mal für, oder man diese Tast, wo man anmelden konnte. Das meine ich, ne? Ich weiß, ich weiß. Aber die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr? Okay, seit wann? Nein, nein, die sind momentan. Darf man sie nicht ausstellen. Ach so, okay. Ne, brauchst mir auch gar nicht blüstern. Du kannst doch da, guck dir mal auf dem Handy, da hast du bestimmt ganz viele Fußbilder. Aber nicht von mir. Er hat von dir Fußbilder auch? Du brauchst mir gar nicht blüstern. Nein, der blüstert mir, der will Fußbilder von mir. Aber wie kommt der darauf, dass du Fußbilder verschickst? Vielleicht war das schon mal was? Ne, das wüsste ich auch gerne. Also hast du schon mal Fußbilder verschickt? Also, liebe FIB-Beamte, das wird mir ein bisschen zu bunt mit unserer Mitarbeiterin. Entweder Sie haben ein Anliegen, oder Sie dürfen das MD verlassen. Genau, schmeiß die raus. Gib dir ein Haus für Gott. Denn, wenn das jetzt hier so weitergeht, müsste ich nämlich... Ey, sag mal, jetzt geht's los hier. Ey, lass doch mal los, alles Spaß, alles gut. Aber wir kennen uns doch von vorhin, du warst da auch beim Ladenraub. Alles gut. Ja, trotzdem. Das ist ja. Unsere Mütter... Guck mal, Pia und der Herr, die kennen sich. Die haben sich schon Fußbilder geschickt. Nein. Also, äh, das, äh... Geht mir auf den Sack. Der Entwurf ist nicht Null. Wer, ich? Na, du. Ah, deswegen gehst du auch auf meine Anrufe ein. Schreibst du mir mal. Ja, genau, deswegen antworte ich dir auch gar nicht, Kugel. Ruf sie doch mal an, okay? Ja. Na, jetzt schon 10, so viel, bitte. Ähm, sie machen das bitte als Aufnahme fertig und schicken das den Herrn Muto. Das können wir als Dienstbeschwerde verwenden. Na, aber klar doch. Lassen Sie uns gleich wieder vorgehen, das wird nämlich interessant. Ja. Ja. Kannst du dir auch noch von mir, weil wir sind schon traurig. Ja, äh, Tom, äh, auch du bitte. Aufnahme fertig machen und den Boss schicken. Ja. Kommt also einmal den Herrn Muto. Und darunter schreiben, äh, zwecks Fehlverhalten des FLB, dann wird er da aufschlagen. So, ähm. Ähm, hab ich da nicht. Ähm, einmal... Ähm, einmal...